Bude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Freitagabend, wir haben sehr gute Angebote für euch hier wieder im Laden. Ich fange an, tiefkühl, Calamari 1000 Gramm für 5,99 Euro, sind sehr lecker. Wir haben ein hohes C, die gibt es aber nur hier im Laden zu dem Preis, ein 6er Pack für 5,99 Euro. Online sind sie 1-2 Euro teurer, 5,99 Euro. Hohes C, zwei verschiedene Sorten, 6 mal 1 Liter. Wir haben ganz tolle Kühlware hier, es geht los mit dem Mühlenfilet, vegan natürlich, 1 Euro. Wahnsinnspreis, nicht vegan, Glockenbäune, Bauern, Vespermett, sieht sehr gut aus, schmeckt auch gut. Die Packung, 125 Gramm, ist ein Knallerpreis, 79 Cent. Wir haben Wiesbauer Chili Griller mit Käse und die Party Mix Minis von Wiesbauer kosten weit über 3 Euro. Normalerweise 1,99 Euro. Es gibt etwas Käse, Baby Bail in Scheiben für 1 Euro, das ist der halbe Ladenpreis. Es gibt Grünländer Käse hier, 100 Gramm, kostet auch 1 Euro nur, auch sehr günstig. Boursin, feiner Frischkäse ist das hier mit Knoblauch, machen wir für 1 Euro. Französischer Camembert, 1,49 Euro und hier, das ist 200 Gramm, ein ganz toller, würziger Käse für 1 Euro. Dann haben wir Rindswurst mit Chili und Yala Penoda, 300 Gramm, die haben wir für 1,79 Euro. Rindswurst haben wir noch ein paar da, von Müller, verkürzte Haltbarkeit, die 400 Gramm Packung, die mit ganz kurzem Datum, 2 Euro und die 400 Gramm mit längerem Datum, 2,99 Euro. Bockwurst, 1000 Gramm, die gute Bockwurst, 5,99 Euro. Hier sind noch ein paar vegane Mühlen, Frikadellen für Kleingeld, für 1 Euro. Dann seit langem wieder da, Starbucks, Getränke, viele freuen sich darauf und warten, wir haben alle Sorten da, 1,59 Euro. Auch die großen Tetra Packs, zwei Sorten, Caramel Macchiato, Kaffee Latte, habe ich heute gesehen, 3,99 Euro, wir haben sie für 2,99 Euro. Weiter geht's, Mini Salami, 250 Gramm, nach Art der Beefy 1,99 Euro und hier die große Aoste Ring Salami, hervorragende Qualität, fast ein halbes Kilo schwer für 2,99 Euro im Laden, online ist ein paar Cent teurer. Die letzten Chio Chips, 1,11 Euro und Datteln gibt's noch ein paar 400 Gramm für 1 Euro. Ist auch ein Hammer, Hammerpreis, wirklich. Hier ist noch ein bisschen Rapsöl da, von Tomi für 1,49 Euro und was ist das hier? Tomatenpüree, die Dose, 49 Cent. Ihr Lieben, denkt es kommt bald Halloween-Zeit, ihr braucht Nimmzwei-Lollis für 1,11 Euro oder die Nimmzwei-Tüten, hier Soft und Bonbons, machen wir für euch alles 1,29 Euro. Auch hier die roten Knaller. Reeses, extrem beliebt und lecker, die Riesenkiste, 24 mal 79 Gramm, sprich fast 2 Kilo für 9,99 Euro. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Mac & Cheese haben wir nach wie vor für 2,49 Euro. Dann ist Dr. Oetker Backmischung für Weihnachten, für Plätzchen 1,99 Euro. Und wir haben Gugelhupf, Rondana-Kuchen, Rührkuchen, halber Preis, 1 Euro nur. Alles, was jetzt kommt, wir haben ganz, ganz, ganz viel. Ich habe nur ein paar Beispiele hier gebracht. Ist alles Weihnachtsware. Wir sind extrem früh dieses Jahr. Wir haben alle Kalender da, von Milka, von Ferrero. Hier Milka, wir haben Merci-Kalender da. Die ganz großen Kinder & Friends-Kalender. Ferrero Rocher-Kalender. Und ich kann es euch gar nicht erzählen, was noch alles. Smarties, KitKat, After Eight. Haribo, Goldbeeren-Kalender sind auch da. Und ja, weiter geht es hier mit Kinder-Mix. Kinder-Mix, Ferrero, Moncherie, wunderschöne Geschenke. Goldene Kugel in groß. Milka, Misch-Tüten sind da. Die Bonbons, die Schokoladen sind alle da. Minis. Es gibt auch hier Snowballs. Wir haben die verschiedenen Teller sind da, von Milka. Geschenke von Ferrero. Hohlkörper, sprich Weihnachtsmänner. Merci. Milka ist auch da vorne. Rocher und was weiß ich. Und der Knaller, der Nutella-Adventskalender, der kommt dieses Jahr das erste Mal am Markt. Kostet nochmal 29,99. Wir haben den so, was haben wir da, machen wir 24,99. Also 5 Euro günstiger. Der kommt, der ist schon online, könnt ihr ihn schon kaufen. Und hier im Laden, der kommt morgen im Lauf des Tages rein. An den ganzen Weihnachtssüßwaren spart ihr immer, ich weiß es nicht, 10 bis 20 Prozent. Jetzt schon so früh vor Weihnachten. Richtig günstig wird es bei uns immer so zwei Wochen vorher. Aber ihr habt jetzt so eine große Weihnachtsauswahl, wie ihr noch nie hier bei uns hattet. Alle, die früh dran sind, können sich natürlich schon mal was in den Schrank legen, bevor sie später leer ausgehen. Weil zum Ende geht immer alles weg. Schaut in den Online-Shop rein. Extrem viel, gute Ware reingekommen. Und besucht uns auf jeden Fall hier in der Marburger Straße 127 in Gießen. Im Lagerverkauf Freilinger. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und ja, kommt vorbei. Wie gesagt, es lohnt sich. Und wir freuen uns auf euch. Habt einen schönen Abend. Bis bald, euer Benni.